Moin moin Leute und herzlich willkommen zum ersten Destiny 2 Video zu The Final Shape. Seit Dienstag ist ja die Erweiterung raus und nach natürlich sehr starken Federcode-Problemen konnte man gut die Story genießen und prima natürlich diese neue Location erkunden. Hierbei sind mir und meinen Truppkollegen einige Federn zum Sammeln aufgefallen, die man schlussendlich für den DLC-Titel Transcendent benötigt. Insgesamt gibt es 55 solcher Federn, jede Region hat eine gewisse Anzahl an Federn, um also euch so schnell wie möglich diese Standorte aller Federn zu zeigen, werde ich in den nächsten Tagen Step-by-Step die Federn einmal nach den Standort-Triumphen in jeweils einem Video verpacken und schlussendlich natürlich alles in einem, wenn ich alle gefunden habe. Heute geht es mit den Federn im Absatz los, hier könnt ihr insgesamt 8 Stück finden. Fangen wir also direkt einmal mit diesen Laufwegen an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun, ich hoffe, ihr konntet mir hier einigermaßen gut folgen. Wie schon gesagt, folgen demnächst die Standorte der anderen Federn. Bis dahin euch natürlich noch viel Spaß mit Destiny 2 und diesem neuen DLC. So wie immer einen wunderbar guten Grind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. do Bis zum nächsten Mal.